Meine Damen und Herren, der Klaus-Dolf, unser Möchtegern-Diktator, hat auf irgendeiner Fete von so einer Uni so eine lustige Robe getragen, mit der er halt aussieht wie der Imperator. Scheiße. Okay, das lasse ich drin. Wollen wir mal hoffen, dass er wegen Majestätsbeleidigung mir nicht den Todesstern schickt. In einer von Raubabgaben finanzierten Sendung, die sich Faktenfuchs nennt, machen sich zudem zwei Witzgestalten ziemlich lächerlich. Diese zwei Witzgestalten versuchen irgendwie wegzuargumentieren, dass Klaus-Dolf eine kommunistische Diktatur errichten möchte, obwohl er alles in seinem Mein Kampfverschnitt namens Great Reset schön leserlich aufgezeichnet hat. Was mich am allermeisten beeindruckt hat, waren die Gesichter. Ich kann das nicht einschätzen. Ist das ein, mir ist alles egal, hauptsache ich bekomme eine Kohle-Gesicht. Ist das ein, ich weiß genau, dass ich hier mit Dislikes zugeschissen werde, wenn das Video rauskommt-Gesicht. Oder ist das ein, äh, ich glaub den ganzen Schwachsinn, den ich hier verbreite, Gesicht. Ja, ich selber bin Autist. Und Autisten wird unterstellt, sie könnten keine Emotionen in Gesichtern erkennen. Ich erkenne ja auch keine Emotionen. Meiner Meinung nach ist das ein, mir ist alles egal, hauptsache Kohle-Gesicht. Aber was meint ihr? Glauben die den Schwachsinn selber? Schreibt's mir in die Kommentare. Ciao.